Mein Name ist Johannes Eckert, ich habe gerade meine Session hier gehalten. Die hieß Verlage im Dritten Reich. Ich habe mich gefreut, dass ein paar Leute gekommen sind und habe ein gutes Gefühl, auch so ein schwieriges Thema mal anzusprechen. Ich finde es toll, dass ich auf dem Buchcamp die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen. Und da möchte ich mich auch für bedanken.